Wie sehr in seiner Persönlichkeit die eigentliche Triebfeder lag, beweist die Erzählung, dass der Daker König Duras, um den rechten Mann an die rechte Stelle zu bringen, zugunsten des Dekebalus von seinem Amt zurücktat. Dass Dekebalus umzuschlagen, vor allem Organisierte, beweisen die Berichte über seine Einführung der römischen Disziplin bei der darkischen Armee und die Anwerbung tüchtiger Leute unter den Römern selbst und selbst die nach dem Siege von ihm den Römern gestellte Bedingung, ihm zur Unterweisung der Seinigen in den Handwerken des Friedens wie des Krieges die nötigen Arbeiter zu liefern. In welchem großen Stil er sein Werk ergriff, beweisen die Verbindungen, die er nach Westen und Osten anknüpfte, mit den Sueven und den Yazügen und sogar mit den Parthen. Die Angreifenden waren die Daker. Der Stadthalter der Provinz Mösien, der ihnen zuerst entgegentrat, Opius Sabinus, ließ sein Leben auf dem Schlachtfelde. Eine Reihe kleinerer Lager wurde erobert, die großen bedroht, der Besitz der Provinz selbst stand in Frage. Domitianus selbst begab sich zu der Armee und sein Stellvertreter, er selbst war kein Feldherr und blieb zurück, der Gerdekommandant Cornelius Fuscus führte das Heer über die Donau. Aber er büßte das unbedachte Vorgehen mit einer schweren Niederlage und auch er, der zweite Höchstkommandierende, blieb vor dem Feind. Sein Nachfolger Julianus, ein tüchtiger Offizier, schlug die Daker in ihrem eigenen Gebiet in einer großen Schlacht bei Tape und war auf dem Wege, dauernde Erfolge zu erreichen. Aber während der Kampf gegen die Daker schwebte, hatte Domitianus die Sueven und Diasügen mit Krieg überzogen, weil sie es unterlassen hatten, ihm Zuzug gegen jene zu senden. Die Boten, die dies zu entschuldigen kamen, ließ er hinrichten. Auch hier verfolgte das Missgeschick die römischen Waffen. Die Markumannen erfochten einen Sieg über den Kaiser selbst, eine ganze Legion ward von den Jasigen umzingelt und niedergehauen. Doch diese Niederlage erschüttert Schloss Domitian trotz der von Julianus über die Daker gewonnenen Vorteile mit diesem voreilig einen Frieden, der ihn zwar nicht hinderte, dem Vertreter des Decebalus in Rom, Diegis, gleich als wäre dieser Lehnsträger der Römer,